Moin moin, jetzt geht das wieder ab hier bei Edna Brecht aus, nech? Jetzt gehen wir mal an den Wäschelift und schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Ja. Ein freundlicher Herr und Waschmittelwerbungsweis. Da kommt der nächste Ausgang. Ha, hört. Okay. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Ja, dass Edna, wenn sie sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau, weil welcher, dass sie dann bemerkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt. Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Sowieso irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nur für das ein Rätsel? Keine Ahnung. Och. Gut, dann sehen wir uns das doch mal an. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Hm. Ha, ja, okay. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische An... Okay, das hatten wir auch schon. Äh, die Säcke, die werden wir nicht nehmen können, aber... Ich trage doch schon Wäsche. Ach. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Aber vielleicht können wir... da mal reingucken. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte... Moment mal. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte... Woran erinnert mich... Maniac Mansion, oder? Das war eine Maniac Mansion-Reference, oder? Da bin ich aber ziemlich sicher. Sehr genial. Da habt ihr meinen Nerv getroffen, weil Maniac Mansion ist wirklich eins meiner bis heute absoluten Lieblings-Adventures. Was? Das wäre... Wenn ich doch nur Benzin... Ja, okay. Ah, gut. Dann können wir mit den Säcken wohl erstmal nichts machen. Es sei denn Captain Unbrauchbar, deine Idee. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Dieser Captain. Captain Sittensträuch. Gut, äh... Ähm... Ja, und hier war das, was Poki vor einigen Parts gesagt hat, dass man hier nicht durch jede Tür kann. Durch welche gehen wir denn jetzt aber zuerst? Gehen wir mal da lang. Wowi. Na ja, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer... Also die Striche waren mir zu dicht aneinander. Und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Äh, sehr gut, dass ich den in Havis neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich hab... Das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe. Und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal... Äh, ganz neu gezeichnet hab. Hat sich gelohnt. Ich glaub, der direkte Vergleich... Müsste ich mal ausprobieren. Die Speeds nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich mal. Jetzt weiß ich, warum der Spieler der FSK-12 hat, Poki. Du bist ein böser Bube. Ich glaub nicht, dass er das tatsächlich gesagt hat. Oh. Ein Alarmknopf. Hä? Nein, Edna. Drück bloß nicht den roten Knopf. Niemals den roten Knopf drücken. Aber vielleicht will Harvey den roten Knopf drücken. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Ein Glück. Okay. Können wir das Mikrofon... Nee, können wir nicht benutzen. Schade. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Und was jetzt? Okay. So. Dann... sehen wir uns das hier mal an. Jetzt hab los, wir können nicht durch die Scheibe hier gucken. Das ist ja langweilig. Haben wir sonst hier nichts anzugucken? Ah. Okay. Ich habe nur wichtige Sachen. Okay. Dann sehen wir ihn mal an. Schade. Das ist jetzt ein Raum, der keine Musik hat, oder... ist jetzt schon wieder irgendwas mit dem Sound nicht in Ordnung? Bei mir. Nö. Ich denke nicht. Ah ja. Okay. Jetzt können wir an das Sichtfenster. Ach du liebe Zeit. Das wüsste ich ja auch gern. Ich bin ein unmögliches Tentakelwesen aus der Zwischendimension. Warte. Antworte nicht. Du bist Edna. Stimmt's? Ach verdammt. Hey. Woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ah. Ein putziger Spitzname. Findest du nicht auch? Ja. Aber gut, befragen wir den Typen erstmal ganz in Ruhe. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und, dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Ich verstehe. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Okay. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäschelift-System. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Ah, ja. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Ja, ba-ba-boah. Okay. Das habe ich mir jetzt nicht mitgeschrieben. Aber glücklicherweise nehmen wir das hier auf. Wie komme ich an Gold? Hm. Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen so gut weg, als dass man da rankäme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Ah. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz. Und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Roggelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich, wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluchsen, selbst wenn du an Roggelbecher vorbeikommst. Ah, ja. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Ah, ja. Wie komme ich in ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Gut. Ich glaube, ich weiß jetzt was. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Hm. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Na dann. Na, so böse muss ich nicht sein. Aber was weiß er denn noch über Dr. Marcel? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ah, ja. Ich muss weg. Rüsch die Freiheit. Mach ich. Ja, jetzt hab ich nur eine Frage. Hallo, Pist. Und zwar, ich würde gern mit Poki reden. Aber das Problem ist, ich komm da nicht hin. Und während der Typ mit mir redet, komm ich auch nicht zu Poki. Es sei denn, es gibt irgendwie eine Schnelltaste, wie man mit Poki reden kann. Aber, naja, gut. Auf der anderen Seite, vielleicht finden wir noch eine Lösung. So. So, wir holen dich da raus, Kumpel. Das wird eh nicht funktionieren, aber egal. Nimm dies widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Hm, das kennen wir ja schon. Mr. Havoc, Energie. Na dann. Alarm! Okay. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Cool. Das heißt, wir nehmen ihn uns. Hier ist nun wirklich zu gar nichts Nutz. Ach, schade. So viel zum Weltkleptomanietag. Hallo, Baby. Benimm dich auf. Ach, schade. Äh, na gut. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Und gucken wir uns mal an, was diese Tür hier zu bieten hat. Oh Gott, noch eine Toilette. Ja, dieser Raum, äh, tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal an eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Spiel gleich drei auf einmal, hätte ich mit diesem Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann. Also dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als er auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und es war fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von The Deadly, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe. Also nach der Gründung natürlich, da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht. Und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben. Und ja, die alten Reaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harwes neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Und da gibt es dann einen neuen Insassen kennenzulernen und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokus-Gruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es neue Augen jetzt und ich hätte es nicht recht aus, sondern den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt, das war es, auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug-Reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Ja, also dieser Raum ist im Grunde nutzlos, sehe ich das richtig. Aber jetzt würde ich trotzdem mal ein bisschen was testen. Nein, ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Schade. So, wie war das mit dem Schlauch? Jetzt benutzen wir erstmal den Lichtschalter, gucken uns das nochmal ganz kurz an. Ja, da ist er, der Schlauch. Okay, du bist der Boss. Ah, okay. Hehehe. Wow, wir haben den Schlauch kaputt gemacht. Toll. Ich hoffe, dass ich damit... Nein. Kann ja nicht sein. Er hat ja gesagt, dass dieser Raum im Grunde keinen Nutzen hat. Nicht, dass wir jetzt wieder irgendwas uns versaut haben. In diesem Bild ringt Käpt'n Unbrauchbares Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. Okay, sehr gut. Naja, hinterlassen wir noch unsere Initialen und verabschieden uns in den nächsten Part. Wow, das ist... Das ist... Das ist... Das ist wahre Kunst. Seht euch... Seht euch das an. Es ist... Es ist wunderschön. Es ist... So wunderschön. Wunderschön. Und das ist... Untertitelung des ZDF, 2020